Hallo, hier ist Lihard 2004. Heute präsentiere ich den Bundesliga-Ball Torfabrik von der Saison 2012-2013. Ich habe schon mal damit gespielt und er ist richtig gut, damit kann man auch gut spielen. Und geklebt, das hält nämlich ein bisschen besser als genäht. Also echt guter Ball. Jetzt schieße ich mit dem Ball und dröbele mal so, damit man auch sieht, ob der gut fliegt. Jetzt dröbele ich mit dem Ball. Also wie ihr seht, das ist hier ein ganz guter Ball. Könnt ihr euch auch ohne Probleme anschaffen. Würde ich es zumindest kaufen, weil er richtig gut ist. Und das war's. Tschüss.